hallo zusammen heute wird gebastelt und ich bin total gespannt weil ich selbst überhaupt noch nicht weiß wie es aussehen wird ich habe zwar eine idee im kopf eine vorstellung bin aber im wunder erst mal nur her gegangen und habe ja was zum basteln zusammen gekauft und jetzt möchte ich mit hilfe von ferrero küsschen einen adventskalender basteln mit euch ja dann zeige ich euch das erst einmal was ich dafür alles besorgt so hier seht ihr meinen großen küchen basteltisch wo alles aufgebaut ist dann fangen wir mal an was wir alles brauchen ich habe mir besorgt eine leinwand in der größe in der größe 40 x 1 meter dann also das ist ganz wichtig und ganz wichtig für meine idee sind 24 kaffeebecher mit deckel die sind hier dann um zum umwickeln der kaffeebecher habe ich mich für dieses papier entschieden so ein türkis fand ich ganz hübsch und zum bekleben der deckel habe ich hier so ein stoff mit paletten ich glaube das passt ganz gut dann braucht ihr wenigstens eine gute schere ich habe mir jetzt eine zum schneiden und eine spitze für kleinere sachen dann braucht ihr wie immer bei meinen bastel sachen ganz viel heißkleber also eine heißklebepistole und natürlich die ersatzpatronen dazu eine alte lichterkette habe ich hier ja ganz ganz wichtig zum basteln die ferrero küsschen vom lisa freundeskreis und natürlich die zeitung die zeitung zum entspannen für zwischendurch dazu gehört jetzt eigentlich noch eine tasse t ja also wenn ihr dann meine pause macht zeitung und eine tasse t hier habe ich seht ihr mal alles was ich noch so an deko zum bekleben dazu gekauft habe da haben wir hier sterne und weihnachtsbäume so kringel goldhaar engelshaar lametta das sterne zum draufkleben und streuglitzer steinchen ja und dann fange ich am besten einfach mal an ok legen wir los ich habe also 24 becher auf meine leinwand positioniert einfach um zu sehen wo sie nachher so stehen und jetzt werde ich beginnen den stoff für die deckel auszuschneiden zwar schneide ich da ganz einfach nur vierecke aus ich habe mir jetzt das mal so drauf gelegt um zu sehen wie groß die vierecke sind und werde einfach hier so vierecke ausschneiden und die auf die deckel kleben so ich habe das schon mal soweit vorbereitet und ich zeige euch jetzt natürlich auch was ich da gemacht habe so los geht's ich habe hier den becher mit dem deckel und klebe jetzt mit dem heiß kleber einfach das stückchen pailletten stoff auf den deckel drauf vorsichtig dass er euch nicht verbrennt und dann wird einfach an den seiten noch festgeklebt das war ein bisschen viel ich mache das jeweils an den längsseiten und dann die ecken befestige ich an dem becher an der seite also jetzt habe ich die längsseiten gemacht ok jetzt mache ich noch diese ecken die klebe ich auch noch einfach nur an der seite hier fest so sieht das ganze aus das ist mein fertiger deckel einfach für den kalender also jetzt habe ich ja diesen heiß kleber überall um den becher drum herum klebe ich jetzt so ein streifen von dem türkisfarbenen papier auch mit heiß kleber ich mache dazu nur heiß kleber hier oben dran an den rand also nicht an den ganz oberen rand ihr seht das schon sondern unter dem rand ansetzen unter dem weißen rand ansetzen weil das kriegt ihr ja nachher die deckel nicht mehr zu das schöne ist auch wenn da noch eine offene stelle ist oben am rand die sieht man nachher nicht mehr wenn der deckel drauf ist okay ist wieder ein bisschen zu groß das heißt also das habe ich bewusst gemacht weil die ja so chronisch zu laufen diese becher so jetzt passt das okay und jetzt schneide ich unten noch dass diesen rand glatt und jetzt gehe ich hier mache hier unten heiß kleber dran an dem becher direkt und befestige das auf meiner leinwand so sieht das ganze bisher aus es ist dunkel geworden draußen und als nächstes ihr seht da unten schon meine lichterkette die habe ich schon mal auseinander gefuselt jetzt mache ich mir hier in diese leinwand so kleine löcher mit einem messer mache ich das am besten damit ich die nachher von hinten durchstecken kann okay ist mittlerweile dunkel ne und man sieht das mit den lichtverhältnissen gar nicht so toll wie weit ich jetzt bin ich habe also die lichterkette von hinten durchgesteckt nachdem ich mir löcher rein gebohrt habe mit einem messer habe ein bisschen engelshaar dazwischen mit heißkleber befestigt und noch ein paar kleine sterne die farblich dazu passen und jetzt kommt eigentlich nur noch genau das habe ich ganz vergessen was ihr noch braucht für das ganze sind natürlich die zahlen für den adventskalender achtung da sind sie die kommen jetzt darauf 1 bis 24 ja und dann zeige ich euch das endresultat gleich noch mal einmal das ganze mit licht ich finde es ist total toll geworden jetzt muss es nur noch an die entsprechende wand im wohnzimmer gehängt werden ja so einfach macht man einen adventskalender mit kaffee becher und einer leinwand und dann Vielen Dank.